Im Park der Gärten in der Gemeinde Bad Zwischenahn entsteht derzeit ein neuer insektenfreundlicher Garten. Gärtnermeister Olaf Schachtschneider ist aktuell mit den finalen Pflanzarbeiten beschäftigt. Auf einer Fläche von rund 250 Quadratmetern sollen künftig Bienen bzw. Wildbienen, Hummeln, Wespen, Schmetterlinge, Käfer und viele mehr einen Unterschlupf finden und sich richtig satt essen können. Pünktlich zur Saisoneröffnung des Parks am 13. April wird alles fertig sein. Es soll ein sehr naturnaher, farbenfroher Garten sein. Die Bandbreite der Pflanzen ist üppig. Vom Sommerflieder über Bergminze bis hin zum Holunder. Der Schaugarten ist sehr hochwertig angelegt. Zentraler Blickfang ist ein malerisches, reetgedecktes Haus, in dem und von dem aus die Besucher das bunte Insektentreiben beobachten können. Im hinteren Teil des Gartens bietet ein bunt bemaltes Bienenhaus einem Bienenvolk ein neues Zuhause. Ein Sprudelsteingebilde auf einem Hochbeet fungiert als Wasserspiel bzw. Wasserstelle für die Insekten. Angelegt wurde auch eine kleine Sandfläche, auf der mit Löchern versehene Eichenhölzer den Insektenunterschlupf bietet. Auch eine steinernde kleine Höhle für Hummeln wurde geschaffen. Ein wahres Insektenparadies. Die Junkieer Die Junkie